So. Oh fuck, so ein fuck! Wir kommen zurück, jetzt wird's ernst. Was war das denn? Jessica! Oh mein Gott! Heißt du so? Honeka! Jess! Honeka! 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 hin. Honeka! Honeka! Pe believes OSMANTA. H Очень. Taa! P wannaqueiuneju praèiert�� Arturosawa. Honeka! Tassel IDEN scriptures. Honeka. Honeka! oretka! Warte! Auf jeden Fall nicht unterrutschen! Nicht unterrutschen! Nicht unterrutschen! Weiter vorne! Jess! Nein! Kannst du nicht schließen! Es ist automatisch! Es ist ein Video! Jetzt bist du wieder dran! Ah! Du kannst auch runterspringen! Aber noch nicht unterrutschen! Oh Scheiße! Was? 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 Das ist sehr schnell! Nur noch nicht unterrutschen! Ich habe schon gesehen, die Videos machen es schnell nicht für die... Was? 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 Wunderbar! Habe sie gut gemacht! Jetzt nicht unterrutschen! Ich glaube das ist jetzt der Dinger Scheiß! Nicht unterrutschen! Nicht unterrutschen! Oh nein! Ich muss ihn ausziehen. Elika! Hans! Elika! Hans! Elika! Oh nein! Michael! Jessica! 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 Das ist nicht hoch. Ja, musst du irgendwo nach oben. Weil der hat sie hochgebracht und in den Fahrstuhl gelegt. Wenn du jetzt hier in den Fahrstuhl gehst, dann kriegst du sie runter zu gehen. Ich komme! Ja, hoch, nicht runter. Ja, hoch, nicht runter. Sonst ist es doch. Ja, ich freu mir mit den Fahrstuhl. chau! Das ist ja auch auf diesem Faustціle. Das ist ja wieder. die ist vorbei dann machen wir es los in dem das ist so eine Treppe das ist so das ist so das ist so die Strasen waren der war auch gerade so eine Verdrückte das ist so eine Treppe nach oben ja, das ist so eine aber wir hätten auf jeden Fall nicht runter ja dann hier runter du musst eigentlich runter warte, noch nichts ist mir das auf keinen Fall in den Fahrstuhl guckt weil dann fliegt sie runter sie ist weg von Fahrstuhl ach fuck man, das ärgert mich jetzt führungstod guck nicht in den Fahrstuhl scheiße man, das ist doch ach so, Alter wieso man das denn dann machen hat der Gärz doch ach so, du bist ja noch gar nicht weiter, weiter jessica Gott sei Dank mach's slow, da kann ja nichts passieren wenn du jetzt spielst auf jeden Fall gucken, dass du nicht zum Fahrstuhl bist nein, ich kann tschüss 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 ach man ich hab keinen Bock, dass du jetzt spielst dann haben wir es nicht geschossen das war überlegen aber sie ist der größte Fehler im Spiel sie ist der größte Fehler im Spiel sie stirbt zu er das ist der Faschner, nicht dahin oder? ich versuche sie nicht drumherum zu laufen nein ah da ist sie doch ja genau lebt sie noch ja, sie geht nein, jessica lebt sie jetzt ja, aber versuch sie noch auszureißen weil du musst schnell jetzt ernst machen es ist okay es kommt nur ganz kurz und dann fliegt sie runter schnell wenn du jetzt zum Fahrstuhl gegangen bist von unten wo du hintergerutschst dann haben wir nur noch ins Phonomen wir hätten sie jetzt gesehen von dem Unterflug du mit denen jetzt Kiefer ausgelassen das ist gewesen das ist gewesen das war der Schwanker wir haben uns ja schon erwischt das letzte Mal mit ausgelassenen Kiefer war der Schwanker den Vienenkontisch ist das in einen keinen dritten kichat du bist du bist du bist du bist Ja es war etwas rambo Jetzt kommt schon! Komm schon! Kommt, Papa! Ich hab grad gedacht, er ist tot, oh Scheiße, weil ich die Knochen gewöhnt habe. Ich hab' die Knochen gebrochen. Halt leider nicht auf Schwärmen. Okay! Okay! Und bis in Korea! Für mehr! Shit! Ist er da? Du siehst doch bei diesem einen Freund, der empfiegt. Ja, wo ist er? Das ist dieser Lüge. Weißt du nicht, Schatz? Nein, nein, nein. Nicht genau, gar nicht. Du brauchst nicht drücken. Du kannst eh nicht mit dem Gewehr schießen. Das ist schießunfähig, das Gewehr. Das ist mein Fall jetzt nicht. Ladehemmer. Achso. Du weißt das mal auch, als du geschossen hast, das ist das gleiche gewesen. Ach, kannst du mit dem Gewehr? Ja. Nein, 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 nein. Du wechselst das Zimmer. Oh fuck, nein, nein, nein! Shit! Shit! Ja echt, du hättest eigentlich rausgekommen. Nee. Doch, doch, doch. Hat dir gar nichts gesehen. Bei Youtube hab ich gesehen. Nee, der Gronkatz mit den Drängen. Der hat noch rausgeslidert unter dem Ding. Das kenn ich jetzt auch nicht. Oh. Nichts cooles. Ton bloßes Bild? Scheiße! Ich mach doch! Ich guck weg! Mann! Mann! Wechselab! Wunsch! Dröfuhl! Ich mit Engel! Herr Defi Nil! Hallo Laura! Geil Leute. Feuerzeug und um dich herum mit Gas. Nein das ist revolts… Schneetassel. Kannst du dich noch an diese Karte erinnern, wo stand Danga, 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 Danga drauf? Ach doch, das hatten wir doch schon! Colum, Colum, Colum! Das war ein... Jessica! Dein Megabiss verschmiert! Oh, keine Latine! Danga geht mit mir! Noch eine, zwei Stück! Jessica! 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 Senatoren! Jetzt kommt die Osten in den Spannungsprojekten zum Geiz. Das ist scheinbar. Was ist das für eine Bude? Das ist die Bude von Snoop Dogg in Blackwood! Deswegen hast du es ja Blackwood, weil da eine Nigga lebt, Alter! Oh, was ist das denn? Oh, lecker ist das? Jetzt musst du diese Kettenrede entscheiden, ne? Das war eine kleine Kette! Das ist voll! Oh nein! Ich muss auslösen! Ich muss auslösen! Ich muss auslösen! Äschle! Äschloch! 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 Oh, Deutschen sagen noch Äschloch! Äsch! Äsch! Äschloch! 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 Es geht mal gucken, wenn wir in der Türkei! Nicht gut! I'm cruising down the street with my Moffa! Okay! Okay! Alter, dein Moffa ist weg! Da steht ein Bobbycar! Der Wegstine! Äsch! Äschli! Äsch! Äschli! 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 Weißt du mal, kennst du den Begriff Squidding? Kennst du das? Das ist, wenn man die Tage hat und Squidding machte. Spritzparade. Da hat die hier gelesen. Scheiße. Oh nein. Baaah! Oh, ich geh mal hier. Ah, hier ist die Tür noch zu. Arsch! 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 Wie kalt, ist zu. Aber die Trudeln sind ja nur draußen. Ja, nur im Haus. Nee, drinnen im Haus waren immer nur so Notizen. Lauter Zettel und Bilder. Arsch! Hologratische Bierchancen. Arsch! Treppe, runter. Runter, nicht gut. Runter, immer fallen, auch fressen. Fressen tut weh. Arsch! Arsch! Ich hab sowieso keine Chance bei dir. Ja. Ja. Ich lass mich hier auch einmal Gitarrenlampe in dir stecken. Arschle! 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 Oh, jetzt begegnest du dieser Einpuppe, die aus dem Boden raus springt. Arschle! Ist jemand da? Arschle! Genau, jetzt. Wenn man hier ökosiert. Aber guck, da, ich glaub da liegt erstmal irgendwas. Das haben wir letztens glaub ich auch nicht gemacht. Wir sind nämlich dann da. Arschle! 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 Arschle!! Arschleike! Arschle! Dieser Weg. Und whis tenho es. Du hast vorhin seh'n Ash! Ich fühl' auf deinen Ash! Ash! Ich liebe Ash! Ash! Ash Money! Und Duncan Bitches! Ashley! Wir sind doch auch nicht gewesen. Das ist sowieso Scheune, wo wir doch den Josh dann später eingesperrt haben. Digga, hier finden sie mensch gewesen, ne? Oh! Ich liebe es, glaube ich. Du wirst ja auch später die eine Aufkarte haben. Was? Ashley! Verdammt! Wir haben jetzt den Faschen gekregen. Ashley! Gott verdammt! Das ist doch gar keil aus. Das ist doch ein Kopf, das Ding. Wo bist du? Ashley, ich bin hier, wo bist du? Bist du okay? Was ist denn passiert? Ich höre nicht mehr. Ich komme, Ash. Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Der hat denn die Tür jetzt zugemacht, wenn der Josh sich auch da rein in die Kabine legt? Ich will nicht da raus, keine Sorge. Wie bist du denn? Guck mal, meine Angst, Chris! Wo bist du denn? Ich bitte! Hör mal. Ach so, jetzt ist die Geschichte. Soll ich dich mal stellen, oder? Ähm, ne. Kannst du nicht. Auch wenn du dich für ihn entscheidest, wie du dich für sie entscheidest. Ne, wenn du dich für sie entscheidest, lebtest du. Du kannst dich jetzt nur entscheiden, wie du lebtest. Und wenn du dich entscheidest, den Dings zu machen, dann geht die Segel. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Er hat uns für dich gestellt mit den Schuhen. Alter, für ein kleines Experiment. Hab ich beim Dings gesehen. Warum? Und für dieses Experiment brauchen wir die Hilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird. Welche Testpersonen überlebt. Und wer ist schlecht. Oh, nein. 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 Lass mich doch nicht sterben! Ich bin nicht kundig. Ah, nicht die Tänke, ja? Es spielt eigentlich gar keine Rolle, auf wen du drückst. Es wird sowieso echt gerettet. Ich muss euch retten. Mach die Luft. Mach frei aus. Es spielt echt keine Rolle. Nee, aber wenn ich echt rette, ist das ziemlich wahnsinnig. Nee, das mach ich ja. Du musst dich ja mit dir gut tun, wenn du dann überlegst. Du musst nicht sterben, ich muss da raus. Ist ja logisch. Das ist der nicht! Das ist Wahnsinn, das ist geil. Da bin ich mir nur ein, Chris. Bitte sag mir was ich mir doch einwilde. Ich geh ich. Was soll ich denn tun? Nein, Chris,從… Oh nein, halt, keine Nein, 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 nein... Ich dachte mir we sind Freunde, Mann! Ich dachte wir sind Freunde! Ach so, ist so, ist so... Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Das kannst du nicht tun! Das hab ich dir getan! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hol uns hier noch! Nein, 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 nicht hin! Warum denn nicht, Chris? Sag es eben nicht gut! Bitte! Thomas, ich hol dich da runter! Hör auf, bitte! Komm, komm, los! Wir hol dich da runter, komm! Wir müssen raus! Ja, okay, gut, aber ich mein so... Wir müssen weg, okay? Er hat ja den Schlüssel schon in Ordnung. Ich würde ja wenigstens gucken, ob es deinen Schlüssel ist oder... Chris! Ashley! Pass auf, der würde schon so gleich merken, wenn er jetzt gar nicht mehr... Ich würde ja nicht gerne wissen, ob er... Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh! Mann! So! Eins vor unseren Augen, Mann! Wofür redest du denn da? Psychopath? Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist seit Psychopathes! Er hatte eine Säge und es hieß, er oder Ash! Und wofür sollte ich aufhauen? Sie hat sie zersägt! Sie war alles ein Blut durch die Gegend gespritzt! Was? Er hat abgespritzt! Oh mein Gott, Chris! Was? Er hat auch Fäss aufgespritzt! Ich hab ihn getötet! Ich, Chris! Ich hab ihn getötet! Das war aber eine Schuld, Bär! Nein, nein, das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Wir haben einfach durchgesicht! Ich bin ja, der freut auf den Spinter! Magnum, wir müssen sofort Hilfe holen! Chris! Chris, sie hat recht! Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg! Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige! Wir holen Hilfe! Du willst dich doch nur selbst retten! Nein! Ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen! Such du die andere zusammen und ich hole Hilfe! Mit Matt, ja? Ah! Okay! Dann sind wir wieder! Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest! Ich verstehe! Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen! Und dieses Spiel, das du spielst! Wir sind klar, dass es nicht gut für dich ist, nicht gut für irgendwen! Und ich erkenne nicht besonders viel Loyalität in der Art, wie du spielst! Und ich erkenne nicht! Hast du jetzt vor, dich bei deinem an diesem Komplott zu ergötzen? Glaubst du überhaupt, dass ich nicht bin? Nein! Sie sind? Sind sie sind? Wenn ich nicht? Wer sind wir? Ah! Das Problem ist alles nur darauf hinaus! Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Nein! Mein Schatz! Ich glaube nicht! Ich meine! Wo ist er? Einer! Wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, das war Kapitel! Ja!